Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir dem Entgleich So, also jetzt schauen wir mal hier rein Wir haben in Mamas Altmund, immer noch der Mythic Bullock, in Mamas Altmundscher Geheimnisschatulle Dann haben wir hier die Swing Dance Tire Box nach wie vor Wer gerne wissen möchte, wie die im Detail aussieht, der soll doch bitte in das andere Video reinschauen Vor zwei Tagen habe ich das gemacht mit Swing Dance Luan, Royce Co Courtney, Luan Platter, Dr. Amy Wong, Nibble auf dem Dach Troubadour, Jeff und diesen Combo ist hier, Clarinets Dan, Super Dance Squad, Arlens Man Squad und so weiter und so fort So, dann haben wir hier das Mythic Haley Pack Das habe ich mir ja jetzt mit meinem Erstaccount bereits gegönnt Was aber rausgekommen ist, sage ich jetzt noch nicht So, Haley, Music, Videos, Dui Hat der gleiches bekommen oder hat es nicht bekommen? Ich bin auf jeden Fall nervös geworden So, Haley Musik, äh, Music, Videos, Dui, Roller, Disco, Courtney, Big Mountain, Fudge Cake und Bill Daughtery Auf jeden Fall eine geile Box Das ist es auf jeden Fall Und wer die Haley noch nicht zusammen hat, Leute, hey, die ist schon cool Die solltet ihr euch dann auf jeden Fall mal holen So, und wenn ihr nur jetzt erstmal das an Gems reinpulvert, was ihr aktuell so zur Verfügung habt Um nochmal dem Ziel ein Stückchen näher zu kommen So, ganz, mit ganz kleinen Schritten So, dann sind wir auch schon in der, in der Mastery angelangt Und schauen wir hier mal rein Hier haben wir als allererstes Lubelschera Ähm, die schauen wir uns jetzt mal Lubelschera Lubelschera Lubelschera, oder? Lubelschera So, die schauen wir uns jetzt mal an Das ist eine Louise Und das Ganze mit Geldkarten Die einzige legendäre da unten ist Back of Nichols Ja, und dann kommt da unten halt ein bisschen Motivieren raus Eingeschränkt Und eben Kriegst du Angriff mit hinzu Wenn eine Combo gespielt wird Ich halte von der Combo nischt So Und deswegen Klicken wir die auch gleich wieder weg Dann haben wir hier den Traktor Boy Und der Traktor Boy ist Äh Ja Was soll ich dazu sagen Den schauen wir uns jetzt einfach mal an Der Traktor Boy Ein Steve Mit Autokarten Und dann kommt da unten Das da raus Und äh Also Golfball Escape ist ja so die einzige legendäre Fahrzeugkarte, die du dann nutzen kannst Ja So besonders Ist dette mal nicht Würde ich sagen Also Ich bin davon jetzt nicht wirklich begeistert Nicht wahr So Dazu sage ich das da So ungefähr gucke ich Wenn ich sowas sehe Ja Ähm Dann Gehen wir hier raus Aber jetzt kommen wir zu einer Combo Und die ist halt Die ist schon geil Die ist schon geil Die Katz Da sage ich hier so die katz da haben wir jetzt übergehen jetzt mal runter ist natürlich mit der epischen version also hier warst ihr 14 fach krippel das ist schon ziemlich geil 23 fach leech und 17 fach hijack 29 angriff sofort jetzt bin ich spannend wie nennst du das denn jetzt jetzt herr professor doktor 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 sofort dahinten wie wir jetzt jetzt erklären sie mir mal bitte was ist alle nehmen soll ich jetzt immer sagen was soll ich was soll ich bei dem anderen sagen soll ich tatsächlich blutsauger sagen ja wir also jetzt jetzt der tag war schon umfrage damals umfrage soll ich diese ganzen werte jetzt in deutsch ich bin es halt auf englisch gewohnt ist wenn ich zu sagen soll es auf deutsch ist jetzt mal aber manchmal abstimmungen mir was gefällt euch besser noch karten die vorher auf englisch war ich sag nur so katz ich bin von der katz auf auf jeden fall begeistert und ich werde mir bei der katz wenn ich mir zumindest mal einmal die stones holen das mache ich jetzt auch im video und da sind sie die katz da sagt so plus 10 so ja für drei packs würde es bei mir momentan nicht reichen aber jetzt kommen wir zur nächsten kombo und das ist die ist natürlich auch interessant das ist der moonshine roger und der roger schwarz brenner roger der deutschen version ja ist ja gut ist ja gut aber es ist ja scheißegal so als es ist ein deutsches video auf die nerven er spielt alle spiele auf deutsch er spricht alles auf deutscher richt auf deutscher ist es mit sicherheit eines nicht deutsch so jetzt kommen wir hier beim roger so beim roger geben auf max und ich spiele ja sehr gerne die power takte petri so jetzt haben wir natürlich hier jetzt sei doch mal bitte ruhig im hintergrund meine güte du musst doch nicht alle zwei wörter jetzt hier so dann haben wir hier den roger mit der pautacke petri und da hinten kommt raus der moonshine roger mit einer mauer und mit gas und jetzt haben wir 22 angriff und 64 leben und ich muss ganz ehrlich sagen ab und zu spiele ich den auch mal der roger ist sowieso sehr bekannt für gas es ist jetzt nicht die oberbrille kombo aber sie kann auch sehr hilfreich sein und deswegen werde ich mir den moonshine roger jetzt auch normal als combo gönnen ja leute wenn euch das heutige video befallen hat dann würde ich sagen dann würde ich mich natürlich riesig über eure kommentare freuen so nummer ist dem oder was ich mich riesig über eure kommentare freuen abonniert den kanal falls es noch nicht getan haben solltet und dann mache ich nämlich wo ist es denn überhaupt das haben wir das überhaupt hier drin das ist hier noch nicht mal da okay ja so und schadet sich mal wieder ein wenn es wieder als animation zu oder mit ihm an gleich und dieser nerven säge da im hintergrund eventuell ab und zu die woche nicht mehr so nein wochenende wieder so also macht's gut bis dann und tschüss